Schiffe und Flugzeuge verschwinden spurlos. Von Passagieren hört und sieht man nie wieder etwas. Berichte von seltsamen Lichtern am Himmel. Nein, das sind keine Szenen aus einem neuen Hollywood-Blockbuster, sondern Begebenheiten, von denen seit über einem Jahrhundert aus einer Region mit dem unheimlichen Spitznamen Friedhof des Ontario-Sees berichtet wird. Weitere Namen sind Kanadas Bermuda-Dreieck oder Marysburg Vortex. Der Bereich erstreckt sich über einen Teil des Ontario-Sees zwischen Kingston, Prince Edward County in Kanada und Oswego, New York in den USA. Die Geschichten über diese Region lassen dich genauso frösteln wie das eisige Seewasser. Die am meisten verstörende Geschichte handelt von einem Segelschoner namens Bavaria. Im Jahr 1889 wurde das Schiff über den See geschleppt. Aufgrund des Seegangs riss das Seil und die Bavaria trieb davon. Zum Glück wurde der Schoner später unversehrt gefunden. Doch etwas Wichtiges fehlte. Die Mannschaft. An Bord war nicht eine Menschenseele. Noch seltsamer war, dass der Tisch gedeckt und ein frisch gebackenes Brot aufgetragen war. Auch das Geld des Kapitäns und seine Papiere waren noch da. Ein Kanarienvogel sang vergnügt in seinem Käfig, als wäre alles in bester Ordnung. Was war geschehen? Wir werden es nie erfahren. Und das war kein Einzelfall. Mehr als ein Jahrzehnt später, im Jahr 1900, segelten drei Schiffe, die Animinis, die Pikten und die Acacia über den See. Doch nur zwei erreichten ihr Ziel. Das dritte Schiff, die Pikten, war den anderen beiden voraus, als sie einfach so verschwand. Der Koch der Animinis berichtete, Es ist gut möglich, dass das Schiff sank, da später Wrackteile im Wasser entdeckt wurden. Aber das Schiff selbst und die Besatzung wurden nie gefunden. Ein paar Wochen später wurde in Sackets Harbor in New York eine Flaschenpost angespült. Sie stammte von Kapitän Sidley von der Pikten. Habe Wessay mit einem starken Seil an mich gebunden, das wir gemeinsam gefunden werden. Wessay war der zwölfjährige Sohn des Kapitäns. Die Botschaft brachte mehr Fragen als Antworten. Den Augenzeugen zufolge verschwand die Pikten ziemlich schnell. Wann wusste Kapitän Sidley, dass sie in Gefahr waren? Warum setzte er kein Notsignal ab, wenn er gewarnt war? Wann hatte er Zeit, die Nachricht zu schreiben, in eine Flasche zu stecken und sich selbst an seinen Sohn zu binden? Ein wahres Mysterium. Und nicht nur Schiffe fielen den seltsamen Kräften in der Region zum Opfer. Auch Flugzeuge hatten ihre liebe Not, in einem Stück anzukommen. 1975 startete Ron Scott mit einer Cessna 172 vom Flughafen in Pikten. Als er den Marysburg Vortex erreichte, kippte sein Flugzeug zu einer Seite. Er hatte Mühe, die Maschine unter Kontrolle zu bringen, da kippte ihn dieselbe Kraft in die andere Richtung. Wieder kämpfte er einige Sekunden lang. Der erfahrene Pilot hatte so etwas noch nie zuvor erlebt. Er hatte jedenfalls mehr Glück als Barry Allen Newman, Pilot der Royal Canadian Air Force. Newman verlor 1952 an derselben Stelle die Kontrolle über seinen Jet und stürzte in den See. Er wurde nie gefunden. Insgesamt fanden hier 270 Schiffe und mindestens 40 Flugzeuge ein tragisches Ende. Ebenfalls mysteriös sind Berichte von Leuten, die helle Lichter, Himmelskörper oder dunkle Fluggeräte am Himmel schweben gesehen haben wollen. Diese Ereignisse sind noch schwerer zu erklären. Augenzeugen schwören jedoch, dass sie wahr sind. Sid Wells sagte, er hätte eine seltsame Form ähnlich eines facettenreichen Diamanten sich langsam am Himmel drehen sehen. Und dann wäre sie einfach so verschwunden. Auch andere behaupten, es gesehen zu haben. Der Marysburg Vortex ist nur einer von mehreren Orten weltweit, die geprägt durch den Biologen Ivan T. Sanderson als Vile Vortices oder die Zwölf Friedhöfe des Teufels bezeichnet werden. Diese ähnlich großen Areale gibt es überall auf der Welt und dort passieren seltsame Dinge. Die bekannteste Region ist natürlich das berüchtigte Bermuda-Dreieck. Es befindet sich im Atlantischen Ozean zwischen Bermuda, Florida und Puerto Rico. Es soll für das Verschwinden tausender Menschen verantwortlich sein. Sie brachen in Schiffen und Flugzeugen auf und kehrten nie zurück. Sogar Christopher Columbus erlebte das Bermuda-Dreieck während seiner ersten Reise nach Amerika 1492 hautnah. Er berichtete, dass die Kompasse in die falsche Richtung zeigten, der Meeresspiegel dramatisch zu steigen schien und seltsame Lichter am Himmel zu sehen waren. 1918 verschwand dort eines der größten Tankschiffe der US Navy, die USS Cyclops. Da die 309 starke Besatzung als auf See verschollen eingestuft wurde, stellt dieser Vorfall den größten Verlust auf einen Schlag in der Geschichte der US Navy dar. Dabei war das Wetter gut gewesen. Die eine Nachricht vom Schiff, die an diesem Tag empfangen wurde, meldete keinerlei Probleme. Es wurde auch nie ein Notsignal abgesetzt. Der Vorfall wurde eingehend untersucht. Die Schlussfolgerung? Viele Theorien wurden aufgestellt, aber keine kann das Verschwinden des Schiffs zufriedenstellen erklären. Anders ausgedrückt, die Untersuchungen führten in eine Sackgasse. Dann gibt es noch das Drachendreieck im Pazifischen Ozean. Die unheimlichste Geschichte handelt von einer Gruppe japanischer Schiffe, die dort in den 50ern verschwanden. Als Forscher ausgesendet wurden, um herauszufinden, was geschehen war, verschwanden diese ebenfalls. In jedem Fall ist es unmöglich zu sagen, was passiert ist. Und es ist leicht, sich in Geschichten über Meeresungeheuer, die in den Tiefen lauern, zu verlieren. Jeder mag doch Gruselgeschichten. Sanderson zumindest zog in Betracht, dass solche Geschichten wahr wären. Er glaubte, die von ihm erforschten Vile Vortices könnten durch alles von einer Falte im Raumzeitkontinuum bis hin zu magnetischen Anomalien oder Unterwassermenschen erklärt werden. Natürlich liebte Sanderson nicht nur seltsame Orte. Er schrieb auch über unheimliche Kreaturen wie Bigfoot und das Monster von Loch Ness. Seine Zuverlässigkeit als objektiver Wissenschaftler ist jedenfalls fraglich. 1948 behauptete er, am Clearwater Beach in Florida Fußabdrücke mit drei Zehen gefunden zu haben, die Beweis für 4,5 Meter große Pinguine wären. Seiner Meinung nach hätte man sie nicht fälschen können. 1988 allerdings gab Tony Signorini zu, mit seinen Freunden die riesigen falschen Pinguinenabdrücke hinterlassen zu haben. Vielleicht ist Sanderson nicht die verlässlichste Quelle. Aber es gibt ein paar sehr überzeugende und ganz und gar natürliche Erklärungen. Sehen wir uns den Marisburg Vortex noch einmal an. Es ist absolut möglich, dass Schiffe wie die Bavaria und die Pikten aufgrund einer Mischung aus Pech und schlechtem Wetter gesunken sind. Wechselhaftes Wetter ist auf dem Ontario See keine Seltenheit. Ein plötzlicher Sturm auf hoher See kann auch für die erfahrensten Seeleute gefährlich werden. Auch heute noch liegen wir trotz modernster Wetterberichte oft daneben. Früher war es kaum möglich, einen aufkommenden Sturm vorherzusagen. Und das Wetter war nur ein Problem. Der Historiker Mark Seguyen sagte, dass die Region bekanntermaßen gefährlich war, da das Wasser am östlichen Ufer sehr schnell flach wurde. Es gibt dort auch viele kleine Felseninseln und Untiefen. Insbesondere größeren Schiffen oder solchen, die wegen ihrer schweren Fracht viel Tiefgang hatten, konnten sie leicht gefährlich werden. Mitte des 20. Jahrhunderts beseitigten moderne Wettervorhersagen und verbesserte Schiffskonstruktionen die meisten Risiken der Schifffahrt auf den großen Seen und es kam zu weniger Verlusten. Das letzte große Schiffsunglück ereilte die SS Edmund Fitzgerald. 1975 sank das Schiff mit seinen 29 Besatzungsmitgliedern vor der Küste des oberen Sees. Scheinbar kann der Vortex mit dem menschlichen Fortschritt nicht mithalten. Und was ist mit den Lichtern und Gebilden am Himmel? In den meisten Fällen sind sie das Ergebnis eines interessanten Phänomens namens Inversionswetterlage. Dabei fängt sich eine Schicht warmer Luft unter kalter Luft. Dadurch kann es zu Luftspiegelungen kommen. Ein Licht am Boden, das kilometerweit entfernt ist, kann vom Himmel reflektiert werden und wie ein fliegendes Objekt aussehen. Mit der Zeit werden vielleicht auch die anderen rätselhaften Dinge aufgeklärt. Das Süßwasser in den Seen und die kalten Wassertemperaturen konservieren die dort liegenden Schiffe und Flugzeuge. Wenn die Region weiterhin von Tauchern und Forschern untersucht wird, werden sie vielleicht irgendwann auch die Bavaria, die Pikten, Kapitän Sidley und seinen Sohn finden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020